Hi Leute, ich hab mal... Oh. Und wie so. Hi Leute, ich hab mal heute zum Kaufen. Nee, ich zeige es euch heute als Accessoire. Zwei Nacht. Also ich zeige euch mal. Ich brauch Zeit schon. Ja, ähm... Da war einmal dabei für Cadence. Jetzt hab ich sie dreimal. Ein Anzug, also... Kleid. Schleier. Halskette. Krone. Ein Strauß. Ein Leder. Und ein... Ups... Süßmarin. Schleier. Ja. Ja. Mhm. Und... Da steht jetzt immer hier bereit. Und... Da hatte ich noch eine drin. Da war... Da steht... Da steht... Da steht... Und hier ist das Hochzeitstoff. Ja, dann schauen wir... Da ist die Cadence rein. Dann... Da ist die Cadence rein. Und noch ein Kranbottel, den beiden Beiß. Jetzt wird man abmachen. Jetzt wird noch Beiß, die Stücke muss man mal aufkleben. Kuckuck, jetzt nix mehr. Ja auch nicht, dann bin ich gerade Beiß. Das Obergericht nehmen. Dann noch ein Keyboard. Der ist ab oben. Da war noch ein Kronlech dabei. Das ist auch so ein Kuchenbisschen. Das man raus sollt. Ja, und hier steht noch ein Kron. Ja, das war eigentlich schon mal ein Review. Die können wir aufmachen. Ja, und das war dann meine Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt wird meine nächsten Videos auch an. Ich plane ein Kronlech abgefressen. Und ja, das war noch ein schöner Tag. Und tschüss. Und ja, das war noch ein Kronlech. Und nicht. Bis zum nächsten Mal.